Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, herzlich willkommen am Gymnasium Hoffmann von Fallerslebenschule, herzlich willkommen an der HVF. Ich bin Ilona Gerhardi-Grotian, die Schulleiterin der HVF. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Mein Name ist Michael Schüttler und ich bin der ständige Vertäter von Frau Gerhardi. Ja, sehr gern hätten wir euch und Sie heute Abend hier bei uns in der großen Aula, bei fröhlicher Musik, persönlich begrüßt. Wir hatten selbstverständlich gern tatsächlich die Türen geöffnet und euch und Sie mitgenommen in unsere Klassen und Fachräume, eingeladen zu Schnupperunterricht, zu ganz vielen spannenden Mitmachaktionen. Fast alle Kolleginnen und Kollegen der HVF wären dort gewesen, auch viele Schülerinnen und Schüler und auch Eltern, die bereits Teil unserer Schulgemeinschaft sind. Aber wie so vieles ist dies in diesem Jahr leider nicht möglich. Dafür haben wir für euch und für Sie heute etwas ganz Besonderes auf unserer Homepage vorbereitet. Wir haben dort ein digitales Infopaket geschnürt, was aus ganz vielen unterschiedlichen Elementen besteht, insbesondere auch vielen Videos. Schauen Sie sich diese, schaut euch diese einfach mal in Ruhe an. Das ist ein richtig toller Querschnitt über das, was unser Schulleben ausmacht, was unsere Schulatmosphäre ganz hervorragend transportiert und was im Grunde genommen alles heute live zu sehen gewesen wäre, wenn es denn hier hätte stattfinden können. Ja, live, Michael, das ist das Stichwort. Wir haben uns natürlich trotzdem vorgenommen, heute Abend mit Ihnen ins persönliche Gespräch zu kommen, denn das offene Ohr für eure und ihre Anliegen, das ist uns hier an der HVF besonders wichtig. Deswegen haben wir im Live-Videokonferenzformat eine Plattform eingerichtet, zu der man sich auch nicht extra anmelden musste, sondern einfach nur eintreten kann und dann in ganz vielen unterschiedlichen virtuellen Räumen Fragen stellen kann, Anliegen klären kann. Es sind dort in diesen virtuellen Räumen der HVF ganz viele Kolleginnen und Kollegen vor Ort, auch Schülerinnen und Schüler und natürlich auch Eltern. Und wir denken, dass wir dort auch alle Fragen, die sie jetzt noch so mit sich herumtragen, die ihr auf dem Herzen habt, gerade wenn es jetzt um den Übergang von euren Grundschulen zu uns an die HVF geht, dass wir diese Fragen dort klären können. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr auf das persönliche Gespräch in der Videokonferenzplattform. Zum Schluss bleibt dann nur noch euch und ihnen zu wünschen, dass sie als Familie eine gute Entscheidung hinsichtlich der Wahl des Gymnasiums treffen können. Was hier zwischen uns beiden zu sehen ist, das ist das Porträt des Namensgebers unseres Gymnasiums Hoffmann von Fallersleben. Und ihr und sie werdet euch sicherlich schon gefragt haben, warum im Laufe des Videos diese kleinen Bildschnipsel aufgetaucht sind. Diese Bildschnipsel bilden zusammen hier das Konterfeil von Hoffmann von Fallersleben und letztendlich jeder Einzelne in diesem Bild ist ein Teil der Schulgemeinschaft und die HVF ist natürlich mehr als eine Summe von Einzelpersonen und die Schulgemeinschaft insgesamt besteht aus so vielen Leuten mit unterschiedlichen Interessen und entsprechenden Ideen und Bereichen in unserem Schulleben. Und wir hoffen, dass wir mit unserem Infoabend dazu auch zu dieser Entscheidung durchaus beitragen können. Ja, und wir sind ehrlich, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir uns dann nach hoffentlich tollen, erholsamen Sommerferien zur Einschulung an der kleinen HVF in Alt-Lehndorf wiedersehen und euch und sie dort als Teil unserer HVF-Schulgemeinschaft vor Ort begrüßen können. Bis bald! Bis bald!